Tschau. Herzliche Gratulation zum Sieg. Du hast jetzt zum ersten Mal der Match durchgespielt. Wie ist das so? Unglaublich. Die Kulisse. Ich habe sie nur am Rand gehört. 1400 oder so. Das ist unglaublich. Auch hier reinzulaufen. Heute noch mit dem Remy. Wir mussten ein Tränchen verkneifen. Unglaublich. Etwas, was mir schon der ganze Match so ein bisschen gebissen hat. Wieso seid ihr in schwarz aufgelaufen? Ich habe gehört, dass sich der Nikola gewünscht hat. Stimmt das? Ich habe den ersten Handball-Match meiner ganzen Karriere mit schwarzen Socken gespielt. Und nur das, weil sich Remy gewünscht hat. Es war sein Wunsch all black. Komplett schwarz. Und dann haben wir gesagt, Remy, wenn du das willst, dann machen wir das. Sehr schön, sehr schön. Gegen wer geht es jetzt weiter in der Finalrunde? Ja, jetzt geht es weiter am Mittwoch mit einem extrem wichtigen Spiel gegen Bern. Und dann machen wir ein schönes Reischen auf Polen. Und weiter weiss ich noch nicht. Weil weiter wie zwei Spiele lohnt es sich nicht zu denken. Das ist so. Also wünsche ich dir gute Erholung. Danke vielmals. Und nochmal herzliche Gratulation zum Bestplayer.